So, ja. Versteigerbaum ist da seit ein paar Tagen. Lass doch mal drüber reden. Kurz vor dem Baum durchgehen. Der normale Baum ist wahrscheinlich der beste Baum bisher. Wirklich sehr, sehr flexibel, sehr, sehr viel Utility. Wirklich, wirklich gut und enorm viele Möglichkeiten, wo es wirklich einfach nur darauf ankommt, welche Situationen wir sind. Den werde ich am Ende machen, denn ich glaube, das Wichtige für alle Leute, die Interesse an so einem Video haben, ist natürlich der Verstärkerbaum und was es vielleicht für Builds gibt. Hier habe ich auch schon drei Builds dann da. Habe ich einmal Single Target, AOE, wie man es heutzutage kennt und noch ein anderes AOE, wenn man mit den Doomins spielen möchte. Gibt noch mehr Builds, aber das ist so das, was ich für am sinnvollsten halte. Und wir gehen die Talente jetzt einfach mal durch. Ich sage ein bisschen was zu den Talenten, gebe ein bisschen Feedback. Vielleicht könnte man ein bisschen was swappen. Was würde ich ändern? Und währenddessen wir das durchgehen, werdet ihr halt sehen, dass es ein paar sehr coole Variationen gibt. Und Verstärker hat wirklich einen der, ich würde sagen, fertigsten Bäume bekommen. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten. Eine rote Kleinigkeit zum Beispiel. Aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Okay. Also fangen wir mal an. Stormstrike kennen wir. Das ist unser Main Spell. Müssen wir skillen. Genau das gleiche mit Windfuel Weapon. Müssen wir jetzt aus irgendeinem Grund skillen. Warum nicht Baseline? Weiß keiner. Lava Pile Check, genau das gleiche. Diese drei Punkte werdet ihr in jedem Build machen. Genauso wie Improved Mahlstrom. So. Ja, bis hierhin. Alles Baseline. Werdet ihr immer nehmen. Spells haben sich auch überhaupt nicht geändert. Ihr müsst jetzt halt skillen, dass eure Mahlstrom-Stacks euch 20% mehr Damage geben. Ja, das ist nicht extra 20% mehr Damage. Das ist das, was wir jetzt haben. Das müsst ihr skillen. So. Ab hier gibt es dann Entscheidungen. Diese vier Punkte sind Baseline in jedem Build. Ab dann gibt es Entscheidungen. Also. Wir haben hier Force for Wins. Ähm. Das ist aktuell auch in der Erstreihe. Wenn ich mich nicht irre. Macht einfach. Unser Windfuel macht mir Damage. Das ist ziemlich gut, wenn man mit Doomins spielt. Aktuell. Und wird es auch echt sein, wenn man hier mit Doomins spielt. Ja, hier schon mal ein kleiner Sprawler. Wir haben Doomins. Mh. Wird man das jetzt oft sehen? Ja. Ist so ein kleines Balancing-Ding. Ähm. Ist aber auf jeden Fall kein schlechtes Talent. Beeinflusst hat unser Gameplay nicht. Und ist halt einfach ganz klar dafür. Ah, du willst mit Doomins spielen. There you go. Naja. So. Hier die erste coole Erinnerung. Ähm. Erstens. Der Cooldown von Lava Palscher geht bis 6 Sekunden runter. So. Das heißt, 12 Sekunden müsste, wenn ich mich nicht irre, genauso sein wie aktuell auf dem Live-Server. Und hier ist die kleine Änderung. Wir haben ja unseren Flammenschock-Spread. Aktuell in Shadowlands. Auf 3 Targets. Hier ist es so, wenn man 2 Punkte reinmacht. Sind es 4 Targets. Das heißt, jupp. Wir können sofort auf 5 Targets unsere Flammenschocker. Wir machen Flammenschock auf unsere Main-Targets. Drücken dann auf unsere Main-Targets. Lava Palscher. Und haben, zack. 5 Flammenschocks ab. Richtig, richtig gut. Wenn man dann noch mit, ähm. Primordial Wave spielt. Ja. Was auch weiter unten ist. Kann man sofort 6 Facts bekommen. Das ist sehr, sehr gut für Fire Nova. Hilft uns im AOE ein gutes Stück, um halt schneller zu, ne. Einfach schneller zu rampen, nennt man das. Einfach, ja. Schneller an dem Maximum zu sein, könnte man sagen. Äh. Sehr, sehr gut. Auch sehr, sehr wichtig. Meiner Meinung nach. Warum nicht up to 5 Targets? Ne. Also, warum muss man das eine Target jetzt noch auf Krampf mit unserer alten Covenant-Fähigkeit? Ähm. Belegen. Warum nicht einfach sofort 5? Ist halt so, ne. Das ist so der erste kleine Kritikpunkt, den ich hab. Mach's einfach ab 5. Und gut. Ist. Ist viel, viel angenehmer. Ähm. Für lange Key Grinds. Ja. Wenn man wirklich mal 5 Stunden plus am Stück einfach ein bisschen plus spielen möchte. Und ist auch einfach besser für neue Spieler. Ne. Ähm. Denn ein neuer Spieler, der wird das nicht checken, dass er erst Lava Palscher machen muss, dann hat er 5 Flammenschocks. Und dann muss er nochmal eine andere Taste drücken, bevor er seinen dicken AOE-Firenova drücken kann. Ist. Einfach was bis. Erhöhlt es auf 5 und gut ist. Ist es jetzt ein Beinbruch? Natürlich nicht. Ist halt. Naja. Meckern auf höchstem Niveau. So. Nächste Reihe. Das ist eine sehr interessante Reihe. Also. Wir haben Primal Lava Actuators. Das ist aktuell das Legendary, was wir spielen. Ist einfach bei jedem Flammenschock. Der tickt. Und ja. Das stackt. Na. Das stackt natürlich auf 6 Targets. Wird der nächste Lava Palscher nämlich im 12% erhöht. Und pro Tick geht der Cooldown von Lava Palscher 0,5% runter. Sehr gutes Legendary. Richtig geil im AOE. Und. Das schreit halt nach Multitaget. Eher Single Target. Bin ich sehr. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie das übernommen haben. Weil es ein sehr cooles Spielsthema. Bin aber auch sehr froh, dass ich im gleichen Atemzug sagen kann. Ähm. Flammende Peitschen auf Deutsch. Glaube ich. Auch ein Talent, was in der ersten Reihe ist. Was den Debuff auf ein Ziel gemacht hat. Das ist mehr Flammenschock, der man schon bekommt. Jedes Mal, wenn wir eine Lava Peitsche gemacht haben. Hat sie nicht reingeschafft. Das finde ich sehr, sehr gut. Weil. Das ist auch wieder so ein Ding. Das hat den Speck zu schwer gemacht. Für die Zahlen, die es im Endeffekt gedruckt hat. Ne. Ähm. So ein Enhancer. War echt nicht schlecht im AOE. Aber den. Den Effort. Den man machen musste. Also wirklich. Wie viel man da reinstecken musste. Und wie. Wie. Oft man auch darum gestorben ist. Kann ich mir vorstellen. Besonders als neuer Spieler. War halt einfach nicht. Worth. So. Dann spiele ich doch lieber einen Windwalker. Der drückt dreimal seinen Spinning Crane Kick. Und das ist er erst im Damage. Ja. Meanwhile. Muss ich als Enhancer. Da. Erstmal sechs Flammschocks aufbauen. Da muss ich auf jedes einzelne Ziel durchtappen. Die ganze Zeit permanent. Damit es nicht runterfällt. Damit die ansatzweise in den Damage kommen. Bin ich sehr froh. Dass sie das nicht übernommen haben. Primer Lover Actual. Das haben sie übernommen. Das ist gut. Das ist die AOE Variante. Im Single Target ist es dann Primer Primum. Das kennt vielleicht noch die einen oder anderen aus BFA. Jedes Mal werden wir einen Attack machen. Das heißt. Spells gehören dazu. Mit Flammschock aktiv. Und Flammschock ist auf beiden Waffen aktiv. Viele Leute, die das nicht wissen, ist es nicht nur auf der Aufwand. Es ist auf beiden. Automatisch. Wird einfach unsere Lover Patcher 35 erhöht. Und es deckt 10 Mal. Hier ist jetzt die Frage. Ist das wirklich nur 35? Dann wäre das ziemlich wenig. Und stackt das. Nicht stackt das, sondern skaliert das. Denn sagen wir mal. Das sind plus 100 Damage. Wenn man jetzt auf die Alpha gehen würde. Ich habe natürlich keinen Alpha Zugang. Vielleicht habe ich Glück und ich bekomme Beta Zugang. Wenn es irgendjemand vom Blizzard aus irgendeinem Grund zieht. Vielleicht passiert noch Wunder auf der Welt. Gib mir bitte Beta Zugang. Bruder bitte. Wenn er jetzt 100 stehen würde. Also jeder Lover Patcher wird um 100 erhöht. Und das stackt 10 Mal. Das heißt 1000 Damage. Das wäre ziemlich gut. Problem hieran ist aber. Oder generell an so welchen Talenten. Das ist im ersten Content gut. Das ist im zweiten Content schon ein bisschen schlechter. Und im dritten Content ist es kacke. Und wenn das Talent nicht skaliert. Mit zum Beispiel Meisterschaft. Obwohl das wahrscheinlich zu wenig wäre. Ich hoffe es geht halt mit Beweglichkeit. Wenn das nicht skaliert. Dann ist irgendwann das AOE Talent. Also Primal Lava Actuators. Besser im Single Target. Weil das ist ein prozentuales Scan. Das ist 12% Lava Peitschendamage. Und umso mehr Gier wir haben. Desto mehr Damage macht Lava Peitsche. Und irgendwann ist der prozentuale Damage. Den wir bekommen. Plus die Cooldown Reduction. Im Single Target besser als Primal Primer. Wenn es nicht skaliert. Denke ich, dass es skaliert. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen. Dass Blizzard ein statisches Talent hier reindrückt. Was einfach, wie gesagt. Nehmen wir einfach 100 als Beispiel. 100 Damage macht. Für die ganze Erweiterung. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist aber auch was. Falls es so ist. Hier auch wieder das nächste Feedback. Baut ein Scanning ein. Na. Wenn ihr kein Scanning einbaut. Hammer den Salat. Dann ist irgendwann das AOE Talent besser am Single Target. Das ist nicht der Sinn der Sache. So. Hier nehmen wir Primer Primer. Wir bauen jetzt gerade so ein kleines Single Target Build. So. Fairy Lunch. Auch ziemlich interessant. Im ersten Moment denkt man. Geil. Endlich ein Charge. Und wenn man dann auf. Den normalen Baum geht. Boah. Und auch Gustav Wins. Was ähm. Auch ein Charge nach vorne ist. Ohne Targets. Sehr sehr geil. Das ist ein. Das hier ist by the way ein Segen von Gott. Da könnt ihr euch. Können wir uns alle drüber freuen. Geil. Fairy Lunch. Wir haben unsere Charge. Baseline. Ne. Leider nicht. Ähm. Das hier. Muss unbedingt. Woanders platziert werden. Denn. Hier wo es aktuell ist. Gibt es kein Bild. Wo man es nehmen kann. Ähm. Das hier. Kostet so viel Damage. Und das hier. Fairy Lunch. Hat genau das gleiche Problem. Wie das hier. Hier muss man fairerweise sagen. Das ist noch gut in PvP. Und das dann dementsprechend auch. Und. Diese zwei Talente haben halt genau das gleiche Problem. Alles andere hier in dem Baum. Ist einfach nur Damage. Also wirklich alles. Ihr werdet hier nichts anderes finden. Was kein Damage ist. Es gibt nur zwei Nodes. Die. Uns. Ähm. Utility geben. Und die sind aus irgendeinem Grund hier drin. Und naja. Ähm. Für einen Charge. Gibst du halt nicht Damage auf. Also der Charge wird. In 99% der Fällen. DPS los sein. Auch wenn sie es vielleicht besser spielt. Denn. Naja. Ich liebe es mit den Charge zu spielen. Wenn es aber da bleibt. In der Reihe. Wirst du es nie skillen. Ne. Ähm. Da wo es platziert ist. Macht es natürlich Sinn. Weil es ist über Windfuel Totem. Und Windfuel Totem ist ja auch Support. Ja. Aber Windfuel Totem gibt es dir. Und deinem Team. Damage. Auch wenn es genervt ist. Dazu kommen wir gleich. Ähm. Wo würde ich das jetzt also platzieren. Ich würde diese. Ich würde Feralunch. Im normalen Baum platzieren. Und zwar. Hier unten. Irgendwo hier unten. Ähm. Würde es vielleicht irgendein verrücktes Bild geben. Wo. Edisch-Schamanen und Restro-Schamanen. Das skillen. Ja. Vielleicht. Ist jetzt ein Range. Der auf dich chargt. Gut im PvP. Würde ich auch sagen. In 99% der Fällen eher nicht. Ähm. Ich würde das einfach hier hin. Hier platzieren. Und Call of the Elements. Einfach woanders hin. Leicht Searching. Searching Shields. Was daneben ist. Das raus. Irgendwie so. Äh. Wenn es aktuell so bleibt. Wenn es da bleibt. Werden wir Feralunch nie spielen. Sehr sehr schade. Haben sich wahrscheinlich viele von euch gewünscht. Oh Mann. Endlich unseren Charge Baseline. Ja. Sieht aktuell nicht danach aus. Ja. Ähm. Raging Master. So. Wir können nun. Bis zu 10 Malstrom Stacks generieren. Das müssen wir auch skillen. Normal haben wir nur 5. Ja. Ist schade. Ja. Auch wieder ein langweiliger Punkt. Kann man nichts zu sagen. Und an wo die Wins. Ja. Condit. Hier muss man auch sagen. 15%. 15%. Das ist Rang 1. Ähm. Das ist halt auch sehr egal. Ne. Äh. 15%. Das hätte man sich auch schenken können. Ne. Das sind. Wie gesagt. Genau wie das hier. Das sind so Punkte. Die sind langweilig. Die hat jeder. Die hat jeder Talentbaum. Und das ist auch okay. Aber sind halt langweilig. Machen nix. Beeinflussen das Gameplay nicht. Obwohl. Das kann das Gameplay beeinflussen. Aber ja. 50% Chance. Das ist halt. Ne. Ist halt nix. Naja. Die erste Reihe. Ist würde ich sagen. Ganz okay. Ähm. Ziemlich. Ziemlich cool. Dass wir Primal Primal und Lava Edgeware das haben. Wir haben die Option für Fair Relance. Muss meiner Meinung nach. Irgendwo anders hingepackt. Hingepackt werden. Aber für die erste Reihe. Ist das nicht schlecht. Ne. Wir können uns froh. Wir können froh sein. Lava. Ähm. Unser Lava Peitschenspread. Für die Flammschock. Ist um eins erhöht. Das ist doch schon mal ganz gut. Und. Gehen wir mal in die zweite Reihe. Denn die zweite und dritte Reihe. Ist natürlich deutlich interessanter. So. Nächste Reihe. Ähm. Doomits. Erstmal. Nicht auf dem Global Cooldown. Sehr sehr gut. Aber. Hier muss man leider sofort sagen. Es ist genervt. Es ist statt 100% Windführer Chance. Oder 75. Das skaliert. Aber. Sofern ich das richtig gesehen habe. Bei mehreren Leuten. Auf der Alpha. Mit Mastery. Das heißt. Wenn ihr 6% Chance auf Winfury habt. Durch eure Mastery. Wären das 81%. Das heißt. Es hat ein leichtes Meisterschaftsgegen. Was so eine coole Idee ist. Wird aber nicht auf 100% kommen. Ähm. Ist es okay. Mit 75%. Mit 75%. Meiner Meinung nach. Ja. Weil es ein Talent ist. Das man sehr sehr weit oben ist. Wenn es ein Talent wäre. Was in den unteren Reihen wäre. Dann würde ich sagen. Ne. Viel zu schwach. Für ein Talent. Was so einfach erreichbar ist. Ist es okay. Man muss aber auch sagen. Ja. Die Duration wird er halt verringert. Aber 8 Sekunden. Ja. Es. Macht es schon ein gutes Stück schlechter. Ne. Ähm. Ist trotzdem okay. Würde ich an dem Zeitpunkt jetzt irgendwas ändern. Ja. Ich würde es mir in 8 Sekunden tatsächlich so lassen. Weil 12 Sekunden wäre einfach zu stark für ein Talent. Was so einfach zu bekommen ist. Ähm. Und auch mit wirklich so viel Burst behind. Ich würde es aber wirklich auf 100% oder wenigstens auf 90% machen. Damit man die 100% mit Meisterschaft erreichen kann. Ja. Würde das jetzt viel ändern. Nein. Es ist wirklich nur. Es ist kein Main Cooler mehr. Es ist nicht das Doomlands, was wir in 9.0 gespielt haben. Wo wir auf einmal erst am DPS waren. Okay. Es ist wirklich nur nice to have. Ist ganz cool, dass wir es haben. Ähm. Bin auch ziemlich froh, dass es da ist. Meiner Meinung nach, wie gesagt, 90 bis 100% wäre angebracht. Alles andere ist okay. Position ist auch perfekt. Passt eigentlich so weit. Dann haben wir natürlich noch Stundering. Eine Zerschlagung. Grandioses AOE-Talent. Ähm. Stunt. Ding. Oder. Ja. Martin. Ja. Es ist halt wie ein Stun. Wir nennen es Stun. Stunt den Gegner für 2 Sekunden. Ähm. Sehr, sehr gute Mystic+. Einfach um Kars zu unterbrechen. Die zum Beispiel nicht unterbrochen werden kann. Das ist dann einfach mega geil. Bin ich auch sehr froh, dass das drin geblieben ist. Hätte mich auch stark gewundert, wenn es rausgeflogen wäre. Die Position auch hier sehr, sehr gut, weil es auf der gleichen Seite wie Doomins. Doomins wollen wir Main-Handy-Tags machen. Das heißt hier auch top. So. Hier. Was sehr interessant ist. Overflowing Mahlstrom macht, dass wir statt 5 Mahlstrom nun bis zu 10 Mahlstrom nehmen können. Aber. Das Talent darunter ist, dass wir 5% mehr Damage machen. Das heißt. 2 Blitzschläge mit dem unteren Talent würden 210% Damage machen. Und ein, ne, und 2 Blitzschläge mit, ähm, dem ersten Talent. Wenn man jetzt, gut, wenn man jetzt 10 nehmen würde, wären es 400%. Also sagen wir mal, ein Blitzschläge. Ein Blitzschläge mit 10 würde 200 machen. Das heißt, mit dem Talent darunter habt ihr 10% mehr. Jetzt muss man aber sagen, ihr spart euch ein Global Coolum. Na, ihr müsst ihr nur einmal dann Blitzschläge drücken. Und dieses Talent ist extremst davon abhängig, wie viel Mahlstrom wir generieren. Und durch die unteren Talente, zu denen wir dann noch gleich kommen, sieht es aktuell so aus, dass wir wirklich den Mahlstrom schwimmen und wir wirklich den Mahlstrom so schnell abbauen wollen, wie es geht. Und ich denke, dass wir aktuell, wenn alles so bleibt, wir auf die 5% damit scheißen. Und einfach sagen, ey, der Mahlstrom muss raus. Wenn ich 8 Stacks habe, die müssen sofort weg. Erstens, das ist wirklich nur ein Tuning-Ding. Darum nehmen wir erstmal hier Overflow-Mahlstrom. Ich denke, das ist aktuell besser für Single-Target. Das ist gerade nur ein Single-Target-Bild. Da werden es die ersten Sims zeigen. Vom Logischen her würde ich sagen, das ist aktuell besser mit den unteren Sachen, die wir bekommen. So, Windfury. Immer noch genau gleich. Man muss sagen, es ist, wenn wir ein anderes Talentskillen... Mal gucken, ob ich es tatsächlich nicht erfinde. Ja, hier. Der Radius ist jetzt größer. Es ist statt 30 Meter dann 35 Meter. Ja. Auch hier, kleiner Kritikpunkt. Mach es doch einfach auf 40. Macht das jetzt viel Unterschied? Nein. Aber manchmal sind 6 Meter oder 5 Meter genug Unterschied, um... Ey, das trifft noch einen Neely, der gerade irgendwo hinjumpen muss. So, zu einem Ad. Das reicht dir noch, dass er den Bonus bekommt. Oder es reicht dir nicht. Mach es doch einfach auf 40. Mit dem Talent. Also, wenn man das Talentskillt, damit man auf 40 kommt... Ähm, habe jetzt natürlich keine Ahnung, was die Zahl sein müsste, damit man das... Wie man das erreicht könnte. Macht das so einfach. Tut doch keinem weh. Auch wieder meckert auf höchstem Niveau, aber... Es gibt für mich keinen Grund, dass es auf 35 bleiben sollte mit dem Talent. Lass es auf 40 skalieren. Gut, ist... Das viel größere Problem, was ich hier sehe, ist... Es wurde genervt. Es sind nur noch 10% statt 20%. Und das ist halt so ein Nerf, den verstehe ich überhaupt nicht, weil... Ähm, es kommt Gruppensupport ins Game. Also, der Evoker, die neue Klasse, bekommt richtig guten Gruppensupport, bekommt auch einen Raid-Buff. Und der Druid hat auch einen Raid-Buff. Und Plot-Riss, der Druiden-Raid-Buff, nämlich 3% Crit und ich glaube sogar 3% weniger Magic-Damage, der ist halt so viel besser. Und der ist halt Raid-Ride. Und dann nerft man unser Wind-Fuel-Damage? Das verstehe ich nicht. Ja? Also, das bitte wieder auf 20% machen. Ich bin kein Fan von dem Totem. Ich wäre auch glücklich gewesen, wenn das Totem raus wäre. Aber das jetzt zu nerfen, in der gleichen Erweiterung, wo man neuen Support einfügt, das finde ich irgendwie sehr fragwürdig. Weil Wind-Fury war nicht Broken. Wind-Fury war nur Broken für Arms-Warrior. Das war's. Also das bitte wieder auf 20% machen, wer ist mein Feedback da? Platzierung ist ja auch ziemlich gut. Wie gesagt, dass es über Fairy-Lunch ist. Wie eben erwähnt, ist eigentlich richtig. Problem ist halt, dass alles andere hier oben... Es ist keine Variation, dass man Fairy-Lunch nehmen könnte. Aber naja. Gut. Daneben. Unser erstes AOE-Trend. Firenova oder Hellstorm funktionieren absolut gleich wie auf den Live-Seuren. Meiner Meinung nach, Firenova hier der Gewinner. Solange man halt nicht Ice-Tracks gilt. Dazu kommen wir. Hat sich bei beiden nichts geändert. Beides cooles Battles, beides cooles Design. Hellstorm halt sehr, sehr gut im Cleave. Das heißt, bei Bossen, wo zwei oder drei Targets ist die ganze Zeit. Ein typischer Council-Fight. Ist Hellstorm enorm gut. Werden wir auf jeden Fall im Rage spielen, wenn es so einen Boss gibt. Bin ich auch froh, dass es beide einfach in die Bäume geschafft haben. Beides cooles Talent, in denen ich jetzt auch nichts ändern würde. Sollte man Flammschock, ich meine, Firenova ancappen. Ja, meiner Meinung nach schon. Dass Flammschock auf sechs Targets ist, das finde ich okay. Aber warum darf die Explosion nicht an jedem Schaden machen? Wäre es vielleicht zu broken. Vielleicht. Wäre es vielleicht so ein kleines Problem wie zu WUD. Dass der einen hellensten, besten Funnel-Damage im Game hätte. Ja, vielleicht. Aber das sind immer so Sachen. Das kann man einfach mit einem Nerf ausgleichen. Aber gut. Ich bin mit sechs Targets zufrieden. Ich bin jetzt niemand, der sich krass über Target Caps aufregt. Damage ist da. Es reicht für 20er Keys. Ich bin niemand, der auf 30 pusht. Auf pushen will. Ich bin damit fein. So, dann Elemental Weapons. Das ist halt wieder ein ziemlich langweiligster Talent, aber leider ein ziemlich gutes Talent. Nämlich einfach 10% mehr Damage. Werden wir auch immer skillen. Am Single Target. Ja. Langweilig. Schade. Nächste Reihe. Ice Strike. Ice Strike macht 115% Attack Power. Auf dem 15 Sekunden Cooler. Wenn man das mal mit Storm Strike vergleicht, das macht mehr als ein Storm Strike. Das ist ziemlich gut. Obwohl man natürlich hier sagen muss, das trifft mit beiden Händen. Also macht natürlich Storm Strike mehr. Naja. Aber noch 15% Attack Power, das ist tatsächlich gut. Das Geile ist aber, dass die Seeker reworked haben. Ice Strike erhöht den Damage von eurem nächsten Frost Shock um 100%. Das heißt, wenn wir jetzt hier Hale Storms skillen würden. Plus das, macht unser nächster Hale Storm auf 6 Targets unnormalst Fisch an. Und diese Combo könnte tatsächlich so gut sein, dass vielleicht Hale Storm besser als Final Nover ist im Multi-Target. Ja. Ich denke trotzdem, dass Final Nover besser ist. Wo könnte ich mir das hier vorstellen? Das hier könnte ich mir extremst gut vorstellen bei Bossen, wo Ads spawnen in einem Intervall von so 3 Sekunden oder so. Weil dann verliert man nicht so viel Single-Target. Weil Hale Storm im Single-Target ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Und Ice Strike im Single-Target ist auch nicht schlecht. Aber jedes Mal, wenn die Ads spawnen, macht man halt einen Frost Shock, der 6 Targets trifft und der macht enorm viel Damage. Das heißt, das wäre so ein Ding, wo ich es sehen könnte. Also ich glaube, das ist eher so ein Raid-Combo. Je nach Tuning kann das aber auch im Mystic Plus-Biss sein. Auf jeden Fall cooles Re-Work. Dass Ice Strike jetzt den Frost Strike Damage erhöht. Richtige Entscheidung. Cooles Re-Work. Ice Strike jetzt endlich ein cooles Talent. Gute Arbeit-Bresort. Storm Flurry. Ja. Bisschen mehr Damage auf Storm Strike und halt auch Mal Strom, wenn es triggert. Wurde nicht geändert. Ist, naja, ist okay. So, hier, Crash Lightning. Das ist so ein Ding, das muss man aktuell nicht skillen und das ist auch nur ein Filler-Spell. Ist in der Rotation der niedrigste Spell, abgesehen von Flammstock, wenn Flammstock nicht in der Tiefe ist. Das muss man jetzt skillen im Singletarget. Und das ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. Das heißt, im Singletarget werden wir das tatsächlich nicht skillen. So, wie kommt man, so, wie kommt man jetzt hier rüber, ist die Frage, wenn wir das nicht skillen. Also, wir könnten jetzt Thunder Ring skinnen und dann würden wir hier rüberkommen. Das sind beides PvP-Talente. Ja, das erste, äh, Cleanse, unser Kick, Purge und Totem können wir jetzt im Wolf casten, okay, und unser, ähm, Healing Surge macht 30% immer Heilung. Beides PvP-Talente, für PvE absolut nicht relevant, juckt uns nicht. Äh, Stormbringer, 5% Chance, unseren Stormstrike-Cooland zu resetten, nehmen wir immer mit und jetzt, dazu wird ein bisschen spicy, Elementenblast, hat sich nichts geändert, äh, finde ich aber sehr cool, dass es noch drin ist, passt wunderbar zum Baum und in den Elementenblast mit 10 Stacks, der wird ziemlich, ziemlich hart reinknallen, da freue ich mich schon, aber auch nichts geändert. Nein, nehmen wir mit im Single-Tile, geiles Talent, geiler Buff, cool. So, und jetzt hier, Improved, Improved, by the way, falsch geschrieben, Stormbringer. Damn! Stormbringer, aktuell macht, dass unser nächster Stormstrike, also den, den wir durch diesen Proc bekommen, 25% mehr Damage machen. Jetzt macht es 25% mehr Nature Damage. Das ist ein riesen Buff, also wirklich ein riesen Buff. Und das gibt uns auch ein Mastery Scanning endlich. Sehr, sehr gute Idee von Blizzard, top, danke, meiner Meinung nach, aber immer noch zu wenig, meiner Meinung nach, sollte Stormbringer auch Nature Damage machen. Und, oder, nicht beides, oder, Windstorm, wenigstens ein Teil Nature Damage. Also eins von denen sollte ein bisschen mehr Nature Damage machen. Ich finde es geil, dass sie jetzt uns endlich so ein bisschen entgegenkommen, uns es endlich geben. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das lässt uns deutlich besser mit Mastery Scale im Single-Target. Finde ich sehr, sehr cool. Dann Gathering Storm. Also jedes Tag, was mit Crash Lightning getroffen wird, erhöht den Schaden von Stormstrike. Langweiliges Talent. Nur im AOE relevant. Brauchen wir im Single-Target nicht das gleiche mit Chain Lightning. Jedes Tag, was wir mit Chain Lightning treffen, reduziert den Cooldown von Crash Lightning um eine Sekunde. Richtig geil im AOE. Für uns im Single-Target nicht relevant. Nice. Swirling Marstrum, Ice Strike und Fire Nova geben uns einen 2-Stack auf Marstrum. Das ist under-tuned. Das ist kein gutes Talent. Das ist so ein Talent, wo ich sage, rework das bitte. Das ist halt, du drückst Fire Nova alle 50 Sekunden und Ice Strike alle 50 Sekunden. Das ist kein gutes Talent. Das ist langweilig. Das ist bland. Und das ist schlicht. Wie könnte man das fixen? Bei Fire Nova könnte man zu fixen, jedes Target, was getroffen wird, gibt es 2-mal Strom. Dann wäre das Talent automatisch und deutlich besser. Und bei Ice Strike könnte man es halt machen. Jeder gebuffte Hailstorm, der einen Target trifft, generiert 2-mal Strom. Wenn man das so lässt, totes Talent, langweilig, nicht gut. Reworken oder replacen. Hot Hands hat es aus irgendeinem Grund wieder ins Spiel geschafft. So, liebes Blizzard Team, wenn ihr das hier hört, wenn ein Wunder passiert und das irgendjemand von Blizzard hört, ich habe in meiner ganzen Laufbahn in Shadowlands noch keinen Enhancer, sei es Hardcore CE Raider oder Casual HC Familien, Family Vater Raider, der jetzt nächste Woche seinen HC Clear schafft. Ich habe noch nie einen Enhancer gehört, der gesagt hat, oh, heiße Hände, das ist ein gutes Talent. Damit spiele ich gern. Ich möchte kurz mal erklären, warum dieses Talent so schlecht ist. Du kannst dich 5 Minuten an eine Puppe stellen und eine perfekt gespielte Rotation machen. Und es hat 0,00000 0,00% Impact darauf, wie viele Hot Hands Boxen du bekommst. Es ist absolut egal, wie gut du spielst. Es ist nur ANG. Du kannst einen komplett 9 Spieler an die Puppe stellen für 5 Minuten und bei ihm kann das Talent 3 Mal in der Minute brocken und bei dem besten Enhancer der Welt kann es 0 bis 1 Mal die Minute brocken. Und für jeden, der aktuell Hot Hands spielt, der weiß, wenn Hot Hands brockt, öfters, also über Average, dann habt ihr gute Locks. Dann habt ihr, statt eurem 90er Lock schafft ihr dann vielleicht einen 95er Lock. Statt eurem 95er Lock schafft ihr dann einen 99er Lock. Es ist jetzt nicht so, dass bevor das jetzt irgendjemand sagt, oh, ich hab nur 70er Locks wegen Hot Hands. Das ist Quatsch. Also wir reden hier so von 5 Punkten. Dieses Talent macht so 5 Punkte aus, was viel zu viel ist. Man kann es nicht beeinflussen. Es ist 100% ANG und das ist noch viel, viel toxischer und das wissen jetzt wahrscheinlich, das wissen jetzt wahrscheinlich die meisten Leute, dass wir wissen, wenn ihr in diesem Talent eine Millisekunde zu spät reagiert, wirklich eine Millisekunde, verliert ihr 25% mehr Damage. Das Skill Cap von Hot Hands ist das höchste im Spiel. Mir ist kein anderes Talent bekannt, was so ein Skill Cap hat und das ist viel zu viel. Ich nehme mich jetzt einfach mal als Vergleich. Ich bin ein sehr guter Verstärker auf Shadowlands jetzt bezogen. Selbst ich kriege von 10 Hot Hands Procs 6 bis 8 hin und die anderen 2 bis 4 verkacke ich. Je nachdem, was halt krass los ist. Jeden Proc, den ich verkacke, sind 25% mehr Damage. Wenn ich Love, also wenn ich Love Paltchen mit dem Buff nicht so verdrücke, sondern aus Versehen erst noch Storm Strike oder aus Versehen Lightning Boat mache, verdere ich 25% mehr Damage. Ein Talent, was so essentiell ist, was dir 25% Damage oder 25% Damage Verlust hast, ist so toxisch für die Spielerbase. Das muss gereworkt werden. Ich sage nicht, dass es gelöscht werden sollte, weil Hot Hands passt in den Baum rein, aber nicht so. Besonders wenn wir jetzt nach unten gehen, werden wir gleich sehen, oh mein Gott, wir haben sehr viel Tasten zu drücken. Wir haben, unsere Rotation ist mega busy. Wir haben wirklich, wirklich viel zu drücken. Und jetzt noch Hot Hands zu managen. Es ist zu viel. Und ANG-mäßig ist das einfach grauenhaft zu spielen. Wie kann man das reworken? Blizzard, aufgepasst. Ganz einfach. Nicht Prox-Chance 5%, sondern 1-3 Prox die Minute, je nach Tuning. Das war's. Und wenn man es dann noch richtig machen will, macht man nicht in den nächsten 8 Sekunden macht jede Lava-Peitsche einfach 100% mehr Damage, sondern in den nächsten 8 Sekunden macht eure nächste Lava-Peitsche 200, 300 oder 400% mehr Damage. Einfach anpassen, Tuning, PvP-Nummer, natürlich einfach runtertunen, die Technologie haben wir. Einfach den Schaden runternehmen, PvP. und schon hast du das nicht mehr das Problem, dass es ANG ist, weil es ist jetzt Prox per Minute und dann ist das einzige ANG Funnis-Prox und vielleicht noch hast du einen Feuerwolf ab. Das ist aber okay, das ist ANG, der ist im normalen Raum. Da heulen wir nicht rum, das ist okay. Und du hast dieses toxische Gameplay nicht mehr, wo einen Average Enhancer und da meine ich jetzt meinen Average, also was ich als mein Average ist so 70. Ich finde 70 ist so der Average Enhancer für mich in meinem Weltbild. Selbst dieser Enhancer kriegt wahrscheinlich vor 10 Hot Hands Prox 3 bis 5 in einem guten Try. In einem sehr guten Try. Der muss ein Talent spielen, was ihn Reaktion abverlangt, die er nicht hat. Und das ist toxisch. Und der Unterschied zwischen 4 Lava Peitschen und 3 Lava Peitschen in einem Fenstern mit 2 Feuerwülfen ist gigantisch. Wirklich, es ist gigantisch. Es ist ein toxisches Talent, das hat nichts im Game zu suchen. Bitte, bitte Blizzard reworkt es. Es gibt 1000 Vorschläge, keiner mag es. Das ist der größte Kritikpunkt, den ich an dem Baum habe. Macht dieses Talent anders. Es gibt Vorschläge, geht kurz ins Discord, in das Cluster, das Godfather Enhancer. Holt euch Infos, fragt Word ab, der hat auch Ideen. Es ist einfach zu fixen, es muss nicht gelöscht werden, heiße Hände kann ein cooles Talent sein, aber nicht so, wie es aktuell ist. Skillen müssen wir es by the way trotzdem. Um jetzt runterzukommen, haben wir jetzt übrigens mehrere Optionen. Wir können jetzt die zwei Punkte scannen und könnten noch Doomans scannen. Das wäre ziemlich gut. Könnte man einen Punkt Asunder wieder rausmachen. Das wäre nämlich jetzt so meine Variative Single Target. Im Single Target einfach noch Doomans wird. Sehr, sehr cool. Und jetzt geht es in die dritte Reihe und die ist richtig geil. So, dritte Reihe. Ja, dritte Reihe ist natürlich die interessanteste Reihe und ist auch mit Abstand die beste Reihe. Federlos tatsächlich. Also hier muss man meiner Meinung noch gar nichts ändern. Vielleicht einen ganz kleinen Kritikpunkt. Also gehen wir gleich mal rein. Aszendenz. Aszendenz ist jetzt sehr, sehr leicht erreichbar. Können wir im Single Target immer mitnehmen. Richtig, richtig geil. Problem was Aszendenz seit Shadowlands hatte ist, es hatte keine Synergie mit Malstrom. Und daher war Aszendenz außer mit Doomans und das war halt nur im ersten Raid Gotten und PvP halt nie ein gutes Talent leider. Wir haben so einen coolen 3 Minuten CD und wir haben nie einen Grund ihn zu benutzen. Jetzt haben sie aber sich einfallen lassen, hey, was ist, wenn Aszendenz uns zweimal Strom die Sekunde gibt? Im ersten Nummer denken wir ja gut, zweimal Strom, das ist jetzt nicht so viel. Man darf aber dazu komme gleich, nicht vergessen, wir haben Wolf Doktor, das aktuelle Legendary, was wir auch in Shadowlands spielen, erkläre ich gleich, das heißt, zweimal Strom jede Sekunde in 15 Sekunden, ja, zweimal 15, zack, 60 Sekunden weg, ja, wir haben 30, wir generieren 30 Mal Strom, das sind 60 Sekunden weg von unserem Legendary. Das heißt, eigentlich haben wir sofort wieder Wölfe, ähm, durch dieses Talent mit Bloodglass, mit Pot, werden wir im Opener wieder 4 Wölfe haben, ja, Blizzard scheint die Idee richtig cool gefunden zu haben, das war auch eine richtig coole Idee, einfach so 4 Wölfe im Opener zu haben, mit diesem Talent habt ihr 4 Wölfe im Opener, nicht im, nicht auf dem Level wie aktuell, aber ich würde sagen, die neuen Wölfe kommen raus und die alten Wölfe sind noch so 6 Sekunden da, so würde es jetzt, so würde ich es schätzen, im ersten Moment. So, das ist aber noch nicht alles, denn Blizzard hat sich noch was einfallen lassen, was noch wichtiger ist, wenn ihr Aszendenz macht und ihr macht einen Windstrike, also die Fähigkeit, die Stormstrike ersetzt, macht ihr automatisch, sofern ihr 5 oder, wenn ihr es hier oben geskript habt, mehr, hier, mehr Malstrom habt, 5 oder mehr, Malstrom, macht ihr einen Blitzschlag. Das ist enorm geil. Damit haben sie das Problem gelöst, dass Aszendenz sich nicht ausgewirkt hat auf unseren Malstrom, nun macht es das und es erspart uns einen Global. Und, jetzt decken wir uns mal ein paar Zahlen aus, sagen wir mal, ein Windstrike macht 5000 Damage und ein Lightning Bolt macht 4000 Damage. Das heißt, ihr macht mit einem Global auf einmal 9000 Damage. Das ist enorm krass und das kann ja auf sich selbst bocken, also es kann wirklich sein, dass ihr 3 Mal, 3 Mal ist nix, 5 Mal aneinander Windstrike tritt. Dann drückt ihr sozusagen auf 5 Mal aneinander Lightning Bolt. Dieses Talent ist eine 10 von 10 löst ein Problem, gibt uns wirklich enorm guten Burst. Wahrscheinlich, und das wage ich mir jetzt mit dem weisen Fenster zu nehmen, wahrscheinlich mit den besten Bursts im Spiel, mit dem, was bisher an, ne, Verfügung steht, an Infos. Warlock ist halt noch nicht draußen, Warlock wird halt, mit der Demologie wird wieder ziemlich interessant. Aber dieses Burst Window wird anders wild. Ja, das ist wirklich so ein Talent, wo ich sagen muss, Hut ab, danke Blizzard, hier hat es jemand Gedanken gemacht, hier hat jemand ein Problem erkannt, hier hat jemand erkannt, wir lieben Aszendence, Aszendence ist cool, wir wollen Aszendence haben, also legen wir Aszendence so, dass es mit jedem Bild, AOE und Single Target, komplett easy erreichbar ist und, wenn ihr es im Single Target spielt, zack, könntest du es noch zu einem richtig, richtig guten Cooler machen, denn, es gibt nicht viele 3 Minuten CDs und vergleicht es mal mit, ähm, dem Boomkin Cooler, ne, da war Aszendence halt einfach schlecht, jetzt, ist es auf dem selben Level, also jetzt ist es wirklich sehr, sehr krass gut, wenn man die Cool Damage schon mit reinzieht, plus den Bonus Damage, sehr, sehr gut, hier würde ich wirklich gar nichts ändern. Das nächste, Fairrest Wimits, so, erstmal auch hier, der Punkt ist perfekt gelegt, wenn Fairrest Wimits hier liegen würde, wäre es nicht so geil, ne, hier ist perfekt, das heißt, auch im Single Target und im AOE können wir Aszendence und Fairrest Wimits spielen, wenn wir wollen, ja, es gibt ein Bild, da könnt ihr alle 3 hier spielen, natürlich könnt ihr ja nicht alle 3 von den Notes machen, aber ihr könnt alle 3 von den Keynotes spielen, richtig, richtig gut gelegt, ja, Fairrest Wimits muss auch nicht angefasst werden, denn, Witch, Drs Wolf Bones, für die Leute, die das nicht kennen, jeder, jeden Malstrom-Stack reduziert den Cooldown von Fairrest Spirits, also unseren Wölfen, um 2 Sekunden, spielt sich mega geil, ist eins der wenigen guten Dinge, die der Enhancer in 9.2 hatte, vom Spielsitzel her, sehr, sehr cool, bin ich auch sehr, sehr froh, dass sie es noch nicht genervt haben, es war nicht OP, und auch hier wurde wieder ein Problem erkannt, was der Enhancer seit Jahren hatte und was mit 9.1 und 9.2 endlich vorbei war, der Enhancer hatte nie einen guten Cooldown seit MOP, die Cooldowns, besonders die Wölfe, waren immer schlecht und das hat man erkannt, man hat sich gesagt, okay, wir müssen die Wölfe eigentlich komplett reworken oder komplett overbuffen und das wäre einfach nicht hell für den PvP, damit die sich immer noch einen guten Cooldown empfüllen, machen wir doch einfach den Cooldown runter und dann ist es ein kleiner Cooldown, den man einfach permanent spammt, meiner Meinung nach genau der richtige Weg, spielt sich mega geil und ist einzigartig, wenn man an Wölfe denkt, konstanter Schaden, das ist Enhancer, finde ich richtig cool, dass wir das auch übernommen haben, nicht genervt, super, dann, Elemental Assault, unser Stormstack macht, wir miss 2x Skin, 15% mehr Damage und 1x Strom und hier ist die erste kleine Noob Trap, ja, 15% Mahlstrom ist geil, aber das Wichtige ist 1stack Mahlstrom und das ist auch mit 1 Punkt drin, also lassen wir doch erstmal 1 Punkt da, hier, Legacy of the Frost Witch und da muss ich auch wieder sagen, genau das gleiche, was ich bei der ersten Tendenz gesagt habe, ihr hat jemand, ihr kennt es hier mit der Klasse aus, ihr hat jemand was erkannt und die hat jemand die Beta gespielt, die Beta gespielt hat oder sie geguckt hat, weiß, dass dieses Legendary nur gutes Feedback hatte, dass dieses Legendary für jeden war, oh mein Gott, das ist der beste Spiel, den ich je hatte und das wussten sie und sie haben es auch gebufft mit 9.1, aber nicht genug, wenn man 2 Punkte reinsteckt, das ist lustigerweise die gebuffte Version mit 30%, ist halt nix, und ich habe es sogar heute ungebufft, ich hatte die gebuffte Version war nur 50%, das bin ich mir auch gar nicht mehr sicher, wenn ihr, das ist auch egal, auf jeden Fall, was macht es, jedes Mal, wenn wir Lightning Bolt drücken oder Elementen Blast oder Chain Lightning, also Malstrom verbrauchen, resettet der Cooldown von unserem Stormstrike, macht 3% mehr Schaden, 30% mehr Schaden ist jetzt gar nicht so der große Part, der Reset ist das große, das ist insane, das führt zu folgenden Dingen, erstens, habt ihr keine Lücken mehr in der Rotation, zweitens, habt ihr deutlich, deutlich mehr Malstrom, zu was führt es, das Wittstock, das Wolf Bones noch besser ist, ja, das ist die, diese Synergie von diesen 3 Talenten ist ein 10 von 10, das, dieser ganze Bereich ist wie gesagt perfekt gemacht, ja, der erste Bereich, der dritte Bereich, der ist nahezu perfekt, es ist wirklich nur 1, 2 kleine Fehler hier, ein ganz großer Fehler hier, und dann wäre es perfekt, ja, dieses Talent gibt es Marschstrom, Damage, und ein Spielstil, wo jeder, der es noch nicht gespielt hat, in Shadowlands, der es nicht mehr aus Spaß gecraftet hat, hier werdet ihr Legendary bekommen, meine Fresse, werdet ihr Spaß haben, ja, ihr hört vielleicht auch schon, ich rede gar nicht so um das Damage Potential, ich rede wirklich nur vom Spaßfaktor, dieses Talent wird wirklich den Enhancer so spaßig machen, ich freue mich darauf, riesig, ähm, es könnte natürlich dazu führen, dass Stormstrike Spam wieder ein bisschen mehr Meta wird, aber, das wäre nichts Schlechtes, wenn Hotends so bleibt, denn, wenn der Hauptdamage durch Stormstrike kommt, ist Hotends nicht mehr so wichtig, ne, wenn, wenn 80% von eurem Schaden nicht durch Hotends kommen, wäre es schon mal, wäre es wie heute, und wenn aber so 90% von eurem Schaden nicht durch Hotends kommen, dann ist Hotends automatisch weniger, ja, dann ist es nicht mehr so wichtig und dann tut es eigentlich mir so weh, falls sie es nicht reworken, ich hoffe, sie reworken es, ne, ups, jetzt habe ich auch so ausgesinnt weggemacht, ähm, sehr, sehr geiles Talent und bei beiden ist das Wichtige der Mahlstrom, nicht der Damage, das heißt, wir tun auf beiden nur einen Punkt rein und dann können wir nämlich dadurch zwei Keynotes nehmen und dann haben wir einmal Alpha Wolf, Alpha Wolf macht einfach, wenn unsere Wölfe draußen sind, wir in Crash Lightning drücken, machen unsere Feral Spirits AOE, das gab es in Legion sehr, sehr gut, das ist, so, dass das letzte bisschen AOE, was uns noch gefehlt hat, weil wir hatten nie einen AOE Cooldown und einen 3 Minuten Cooldown, der einmal macht, ja, das ist jetzt kein AOE Cooldown, ne, ähm, das heißt, ich habe so uns einen AOE Cooldown gegeben, eingebaut in den Single Target Cooldown, richtig, richtig gut, Alpha Wolf wieder zu geben, perfekte Entscheidung, auch wieder hier, er hat sich jemanden Gedanken gemacht, er hat jemanden gesehen, was der Enhancer als Problem hat im AOE, er hat gar keinen Cooldown, wirklich gar nicht, er hat einfach nur konstanten Schaden, was okay ist, aber ohne Cooldown ist halt auch ein bisschen scheiße, Problem erkannt, richtig gut, darunter ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe, das ist immer noch Element des Spirits, zwei von unseren drei Wölfen sind einfach Feuer, Frust oder Blitz, naja, ist halt immer noch Anji, ne, ist halt einfach, warum nicht einfach, du beschwörst immer drei Wölfe, oder du beschwörst eine feste Rotation, was weiß ich, die ersten zwei Wölfe sind Eis, Feuer, ne, die zweiten sind Feuer, Feuer, also irgendwas festgelegtes, weiß ich nicht, es ist okay, das Talent wird halt eher wieder nervig, wenn Hot Hens gut ist, wenn wir dann keine Feuerwölfe haben, aber wenn Hot Hens angepasst wird, ist das dann eigentlich auch fein, obwohl man natürlich sagen muss, zwei Blitzwölfe im Blattlast, mit der Aszendenz wird halt auch mies reinschallern, das heißt ja, also hier ist wieder sehr, sehr viel ANG drin, es ist kein schlechtes Talent, ich denke auch nicht, dass sie es reworken werden, ähm, das Talent wäre aber deutlich, geiler, wenn dieses Talent hier geregelt wird, und na, da sind wir schon, beim letzten, letzten Talent, Pranormal Wave, hat sich nichts geändert, ihr macht Flammschock auf ein Ziel, und euer nächster Blitzschlag macht 150% mehr Schaden, und trifft jedes Ziel mit einem Lightning Bolt, das natürlich in Verbindung mit unserem Flammschock Spread, kann man sofort auf sechs Targets machen, zack, dicke AOE, ist cool, ähm, ist nur um für Mystic Plus relevant, Single Target nicht, ähm, dieses Talent hier spielt und zehn Malstrom hat und dann dieses Talent mit zehn Malstrom, äh, zehn Sechs mit Malstrom nimmt, dann macht es 350% mehr Schaden, das heißt, dieser Lightning Bolt in der Verbindung, die kann man sofort raushauen, und BAM, ein riesengroßer Lightning Bolt, wird enorm viel Damage machen, sehr, sehr cool, coole Idee, auch wieder hier, er hat sich jemanden Gedanken gemacht, ah, wir geben den Leuten gleich zehn Malstrom in Verbindung damit, super, und letztes Talent, pro getroffenen Ziel mit Lightning Bolt, also sechs Targets, kriegt man sechs Prozent Taste für zwölf Sekunden, für zwölf, ne, das heißt, wir haben sechs und drei Prozent Taste, ist nice, ist zwar genervt, auf der Live-Resume sind es zehn Prozent, glaube ich, ja, ist jetzt okay, ne, ist jetzt nicht so wichtig, ähm, 36 Prozent sind meiner Meinung nach genug, es soll nur ein AOE-Talent sein, das ist es, bin ich nicht schlimm, dass wir es genervt haben, ähm, vielleicht noch ein kleiner Buff auf acht Prozent, ich glaube, zehn Prozent wäre wirklich zu stark, wenn man mal den ganzen anderen Baum so anguckt, äh, vielleicht ein kleiner Buff noch, gar ein ganz kleiner Richtigpunkt, ja, so, jetzt gehen wir nochmal auf die Builds zurück, also, wir haben hier, meiner Meinung nach, das beste Single-Target-Talent, diese Seite, ich rede komplett, hier tun wir nur einen Punkt rein, weil wir nur die Effekte haben wollen, und, ja, unsere zwei Keynotes, wollen wir natürlich ausskillen, haben wir eine gebuffte Ascendenz, gebuffte Fairy Spirits, haben Doom-Mints, haben Windstorm-Damage, haben Elemental Blast, müssen Hot-Hands nehmen, haben Stormflurry, äh, und haben sogar noch Lava-Less Spread, und Prime & Primer, und das Einzige, was wir nicht haben, ist Sunring, Crash-Lightning, alles andere ist komplett nicht relevant, und Sunring, Crash-Lightning, macht im Single-Target nicht viel Damage, und dadurch, dass wir Legacy of the Frost Witch spielen, ähm, brauchen wir keine Filler-Spells mehr, und beide Spells waren nur Filler, ne, also Sunring hat natürlich Damage gemacht, aber war schon nur ein Filler-Spell, und das ist aber auch, wie gesagt, nur reiner Single-Target, ähm, finde ich ultra, ultra cool, dass wir 1, jetzt zwei, drei Legendaries haben, in dem Bild, richtig, richtig geil, und dann noch wirklich, ähm, die gebuffte Assisendenz, äh, wirklich, äh, vom Spaßfaktor her, wird das Bild 10 von 10, freue ich mich sehr, Hothands anpassen, Hothands, by the way, auch swappen mit Elemental Weapons, das wäre ein sehr einfacher Fix, weil, Hothands zu skilln, damit man auf Assisendenz kommt, ist, äh, sehr, sehr komisch, sehr, sehr weird, und auf jeden Fall nicht richtig, Elemental Weapons mit Hothands swappen, ist der erste Schritt, dann Hothands reworken, ist der zweite Schritt, dann, AOE für alle Leute, die mit Doomins spielen wollen, ähm, mit Firenova natürlich, weil wir hier auf den Punkt nicht kommen, auf Ice Strike, ähm, hier könnte man, noch, Sunring skilln, wenn man das wirklich will, meiner Meinung nach ist aber das erste Mal das Beste, mit komplett Doomins, muss auch gleich hier sagen, ich würde auch nicht komplett Doomins raten, ich würde eher das hier nehmen, ähm, für ein AOE, na, das ist das Spiel, was man heutzutage kennt, mit, äh, Premier Love Actuators, Firenova, Doomins ignorieren, da kann man nämlich hier noch eine Aszendenz mitnehmen, hat hier Sunring, Trish Lightning noch, Hothands ist halt für das Bit auch gut, ich denke, das ist halt das beste AOE-Bild, das ist eigentlich so, wie wir den Enhancer heutzutage kennen, er hat halt noch eine Aszendenz, und das war's, ne, ihr seht auch schon, bei den AOE-Bilds nehme ich Windstorm nicht mit, äh, erstens, weil es genervt ist, und zweitens, weil, ja, im Dungeon ist es egal, ne, im Dungeon, ist es so wenig Damage Gain, da könnt ihr drauf scheißen, und könnt euch den Damage halt lieber holen, äh, woanders her holen, na, wie gesagt, das sind so die zwei AOE-Bilds, ähm, wo ich denke, dass es die, besten wären, ich hätte halt gern noch irgendwo, wie gesagt, einen Punkt mehr, für Sundering, aber leider kann man, hier kann man nichts ändern, hier kann man auch nichts ändern, man könnte halt Stormflore Reg machen, und dafür Sundering, das ist halt, das ist halt die Option, da muss man halt gucken, äh, was besser ist, ich denke, das ist jetzt das Beste, muss man halt gucken, ne, also, Single Target, AOE-Doomans, AOE mit Prime Love Actual, das, wie heutzutage, ich denke, das ist besser. Gut, ja, jetzt gehen wir nochmal schnell über den normalen Baum drüber, ähm, dazu werde ich nicht so viel sagen, äh, weil hier auch viel einfach drin ist, was halt viel Heal-Only ist, und das juckt uns halt nicht, ne, so, also, jetzt der generelle Baum, hier werde ich, wie gesagt, nur, ähm, was sagen, zu Sachen, die uns als Enhancer betreffen, ich werde euch keine Sachen erklären, die nur viel Heal-Only sind, ähm, und, wir gehen jetzt erstmal die Keynotes durch, was müssen wir skillen, ähm, Shell Lightning ist Baseline, Marschrom-Web auch, wenn das kein Anzeiger-Wag ist, wir brauchen als erstes Frost Shock immer, Frost Shock ist Frost Shock, wir brauchen Flurry, Flurry macht das jedes Mal, wenn wir ein Kritter, unsere nächsten drei Auto-Attacks, fünf, zwei Prozent schneller sind, sehr, sehr gut, ähm, das, generiert einfach ein gutes Stück mehr Malstrom, und synergiert leider auch ziemlich gute Hot-Hands, auch ein Must-Have, dann, vier Prozent Crit, wenn unser, ähm, Ankh, nicht auf Cooldown ist, haben wir zehn Prozent mehr Leben, und, wenn wir ihn auf Cooldown haben, aber wir voll Heal sind, also volles Leben, dann, regeneriert er fünf, 75 Prozent, äh, schneller, das ist echt ganz gut, ähm, das wird die 75 Prozent schneller, ist ganz nice to have, das Geile ist, hier wirklich zehn Prozent mehr Leben, also, wir sind, äh, ziemlich, ziemlich tanky, jetzt mittlerweile, mit dem Teil an dem Baum, das werdet ihr auch gleich sehen, und zehn Prozent mehr Leben oben drauf, das ist schon ziemlich nice, ähm, mit 75 Prozent schneller Rapplingzeit, hat der Ankh wahrscheinlich, wenn ich mich nicht irre, sind es aktuell, äh, ohne Conway 30, äh, so eine lange Schilder, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich glaube, ohne Conway ist es aktuell 30, ich denke, dann wird man ja auch so auf, unter 20 schauen, und das ist, ähm, je nach Boss, könnte das dann jeden, jeden Try, jeden zweiten Try Ankh sein, das ist schon ganz gut, ne, dann, noch was, was auf jeden Fall Pflicht ist, ähm, oder, ja, nicht wirklich Pflicht, aber wir müssen skillen, ähm, zehn Prozent Movements, wenn wir im Wolf sind, das ist ziemlich nice, und wenn wir drei oder mehr Totems, dann nochmal extra 15 Prozent, das mit den drei Totems, werden wir als Enhancer, nahezu nie erreichen, aber 10 Prozent mehr Movements mit dem Wolf, das nehmen wir auf jeden Fall, hier ist jetzt das Große, wir können unseren alten Spirit Walk nehmen, der hat sich nicht geändert, einen Null Decoder, 60 Prozent Movementspeed, oder, wir können Gas of Wind nehmen, was meiner Meinung nach zu 95 Prozent der Pick sein wird, denn Gas of Wind ist auf dem 20 Sekunden Cooldown, kann man nur um fünf Sekunden verringern, das heißt auf dem 50 Sekunden Cooldown, und es ist ein Dash nach vorne, ich würde sagen, ja, wie so ein Hunter Dissingale geht, also so 15, 20 Meter circa, würde ich schätzen, und das auf dem 50 Sekunden Cooldown, und wenn man sich jetzt mal ein Raid vorstellt, Raids funktionieren sehr, sehr oft so, oh, du stehst mit etwas drin, du musst da schnell raus, oder oh, du musst schnell die Seite wechseln, und da ist einfach Gas of Wind in den meisten Fällen besser, also der Sprint ist halt nur besser, wenn man wirklich von Punkt A nach B muss, und es kein Hexaporteil gibt, oder halt eine Strecke ist, die länger ist als Gas of Wind, und selbst nach der Strecke Gas of Wind schlechter wäre, also Gas of Wind kann man halt dreimal einsetzen, in der Zeit vom Sprint, und da muss man abwiegen, was brauche ich, wie viel Movement brauche ich, wenn ich nur einmal die Minute Movement brauche, und das eine längere Distanz ist, ist der Sprint besser, wenn ich aber nur eine kleine Distanz brauche, schnellen Movement, ist Gas of Wind immer besser, und wenn ich mehrmals Movement brauche in der Minute, ist Gas of Wind auch immer besser, ja, Gas of Wind, richtig, richtig geil, dass wir das bekommen haben, auf jeden Fall Pflicht zu skillen, wir haben endlich Mobility, die gut ist, mit uns und Wolf, wir können uns nicht mehr beschweren über Movement, ja, wir sind jetzt komplett fein, sehr, sehr geil, und dann noch halt, wie gesagt, Cooler-Verringer, das sind die Pflicht-Nodes auf der Seite, dann Pflicht-Node natürlich, Astral-Shift, hier, auch eins von den beiden, etwa das, unser Astral-Shift, 20% mehr Cooler-Nutra gibt, hat aber dann noch 2 Minuten Cooler, das ist halt gut, wenn im Raid alle 2 Minuten was Großes passiert, und jede Minute, man es einfach mit einem großen Cooler, Heal-Cooler abfangen kann, ne, das wird also bossabhängig, ob ihr das oder das macht, dass ihr 3 Sekunden weniger Cooler habt, aber 6% länger Duration, das Wichtige ist eher die 30% Duration tatsächlich, ähm, das ist halt einfach gut, wenn, naja, jede dritte Minute, was kommt, ja, oder, ey, jede Minute, jede 1,30, dann wäre es natürlich perfekt, das wird bossabhängig, auf jeden Fall, das müsst ihr auch skillen, was ihr auch, in den meisten Fällen skillen müsst, ist natürlich, äh, unser Kick, hat sich nichts geändert, das, was ihr auch noch skillen müsst, immer ist Frostdamage und Feuerdamage 3% erhöht, was wir auch immer skillen müsst, ist Leech, eine Voidensum 3% erhöht, ne, 3% Leech, das heißt, so, 3% von dem Schaden, den wir machen, Heimuts, ist richtig geil, und 3% weniger AOE Damage, ist eigentlich ziemlich gut, dann, was wir auch immer skillen werden, ist ein Windrush Totem, oder ein Earthgrip Totem, hat bei jedem Bus eigentlich Relevanz, selbst wenn es nur, kurz von A nach B Moven ist, wird ein Windrush Totem immer nice sein, dann, und das weiß ich nicht, ob man das so lässt, Reduce all Damage Tanken bei 6%, also 6% weniger Damage, von allen Ressourcen, das ist schon ziemlich, ziemlich gut, wenn man das jetzt mit 3% Avoidens, ähm, agiert, dann sind es 9% weniger AOE Schaden, das ist ziemlich gut, ja, also, das ist schon sehr, sehr stark, also wir sind sehr, sehr tanky, nächste Node, die im Invo Skimm, ist 20% mehr Lightning Damage, Lightning Bolt Damage, ist auch absolut Pflicht, und, dann ist der nächste Punkt, den ihr, im Raid eigentlich immer skimmst, noch Ancestry Guidance, in den nächsten 10 Sekunden, 25% von eurem Damage, wird auf 3 Targets, gerichtet, äh, ist ein Raid Cooldown, ist kein schlechter Raid Cooldown, ist ein Heal Cooldown, werdet ihr immer skimmen, im Raid, wird weniger Szenarien geben, wo eure Raid Leiter sagt, ah ne, auf eine kostenlose Raid Cooldown, der dem Enhancement nichts kostet, verzichten wir, wird nicht oft passieren, so, das sind die, Licht Keynotes, die müsst ihr immer nehmen, alles andere, was wir jetzt besprechen, ist absolut optional, Chain Lightning, juckt uns nicht, Lava Burst, skaliert wahrscheinlich, mit Mahlstrom, könnte man also benutzen, ist, ähm, einfach, geht es überhaupt, und lohnt es sich überhaupt, noch einen Button zu haben, ähm, hier müssen die Sims entscheiden, Earth Elemental, müssen wir skillen, hat auch eingebaut, dass man mehr Leben hat, ist also ein Death Cooldown, heißt das auch hier, wenn ihr, mehr Tanky sein wollt, skilt Earth Elemental, er könnte zum Beispiel, hier dann Stow Totem rausnehmen, weiß ich, hier auf Elemental Burst gehen, dann könnt ihr noch, aber können wir noch kurz was entfernen, könnt auch einen Punkt hier noch rausnehmen, also hier gibt es halt so viele Optionen, ähm, das ist schon ziemlich insane, ne, also wenn ihr mehr Tanky sammelt, skilt das, äh, Spilled Wolf, wenn wir Spilled Wolf sind, sind wir 5% mehr schneller, und kriegen weniger Damage, oder, wenn wir in unseren Geister Wolf gehen, sind wir kurz 25% schneller, für, äh, für 35 Sekunden, äh, um 30 Sekunden, wie 25%, so rum, aber das kann ja nur einmal in der Minute passieren, darum denke ich eigentlich, dass Spilled Wolf immer besser ist, weil weniger Damage, gibt dann auch viele Szenarien, wo man einfach kurz vom Boss weg muss, in einem Camp grouped, weil wenn man halt mit Spilled Wolf ist, hat man 20% weniger Damage, aber es hat ziemlich stark, ne, hat sich aber auch nichts geändert, nächste Reihe, Earth Shield, nicht relevant für uns, ähm, unser Stunt Totem, müssen wir skinnen, für, Aoe, Mystic Plus, oder Bosse halt ziemlich relevant, 2 Edspawn, Curses, müssen wir auch skinnen, erklärt sich auch von selbst, hier ist einfach, wenn wir im Flammschock casten, mehr Heilung, für PVE, Enhancement nicht relevant, ähm, die Nummer von Earth Shields, äh, Elementen Shields wird erhöht, nicht relevant, wir können laufen, Carsten, nicht relevant, das hatten wir, Tremor Totem, auch hier wieder, sehr gut, in Dungeons, wo geführt wird, oder im Raids, wo geführt wird, also auch hier wieder hier, optional, situational, Skills, wenn man es braucht, hier haben wir die, äh, Entscheidung zwischen, wenn unser Stunt Totem weg ist, kommt noch eins, das wird, ihr müsstet ihr plus, richtig geil, oder für jedes Teil, was gehitet wird, kriegen wir 5 Sekunden, weniger cooldown, Maximum 20, ja, Sekunden, kann man ja gut vorstellen, dass das erste hier, Baseline ist, im Mississippi, also zwei Stunts zu haben, hintereinander, das ist schon arg gut, muss man sagen, also, au, es ist ein sehr langer, ist dann dann, sehr, sehr geil, äh, Hex, muss man es gehen, hat sich nichts geändert, ähm, das ist wieder viel, äh, mit, Spillbroker Grace, juckt uns nicht, hier haben wir Windrush Totem, oder Earthquare Totem, auch wieder sehr wichtig, wir haben hier Earthquare Totem, wird bei sehr vielen Bossen gebraucht, ähm, wenn irgendwo am Ende des Raumes, Edspawn, die muss man verlangsamen, zack, können wir jetzt alles in Hands, mit einem Earthquare Totem hinstellen, richtig geil, oder im Mystic Plus, bei, äh, Spyful Weeks, ich weiß jetzt nicht den deutschen Namen, tut mir leid, wo die, ähm, Geister spawnen, können wir ein Earthquare Totem hinstellen, und können jetzt endlich selbst das Leben, äh, Leben erleichtern, und das ist für mich auch wirklich ein Pick, in Wochen, wo diese schwarzen Geister kommen, werde ich das immer mitnehmen, weil, das hat mir eine Minute cool an, das ist jedes Pack, oder wenigstens jedes zweite Pack, in höheren Keys ist das jedes Pack, ja, äh, richtig, richtig geil, schöne Raid Utility, so, hier haben wir, die Wahl zwischen unseren normalen Purge, was wir kennen, oder, wir machen noch einen zusätzlichen Effekt runter, aber es hat, äh, 50 Sekunden Cooldom, da weiß ich eigentlich jetzt nicht, ja, ist das wirklich gut, im Mystic Plus eher nicht, na, wenn man, da will man eigentlich alle purgen, und im Raid, denke ich auch, dass es eher eine Healsache wird, also das werden wir nicht oft skillen, äh, das ist PvP, na, alles was mit Hex zu tun hat, ist PvP, ähm, Slowed um 70%, ist egal, und 10 Sekunden Cooldom, das ist PvP, freuen sich die PvPler, 20 Sekunden Hex, ist ziemlich gut, das hatten wir auch schon, äh, Cooldom bei Totems, ist für uns auch komplett egal, das hatten wir, Nature's Guidance, haben wir aktuell als Talent, ist sozusagen ein kleiner Schied Def, können wir auch skillen, wird wahrscheinlich, ähm, im Raids, eins der meistgepicktesten, für uns wären, denn, wenn wir jetzt mal hier den Punkt weg machen, und hier den Punkt weg, zack, zack, können wir das, ne, können Nature's Guidance reinmachen, haben wir einen kleinen Death-Cooldom, richtig cool, dass wir das bekommen, bin ich auch sehr froh, dass es nicht hier drin ist, sondern hier drin, macht uns Tankiger, ähm, könnte tatsächlich auch eine Pflichtnote werden, weil es halt einfach geil ist, so tankig zu sein, und wenn man das mal alles zusammenzählt, wir haben Nature's Guidance, äh, wir haben Avoidance, wir haben 6% weniger Damage Reduction, wir haben Astral Shift, was der beste 1 minuten 30 cooler ist im Game, Death-Cooldom, ja, da noch 10% mehr leben, also uns geht's sehr, sehr gut, ja, ähm, hier liegt der Totem, ist egal, wenn wir so gut wie nicht stellen, ist nur, damit wir nach unten kommen, Lightning Bolt, haben wir ja geklärt, die aktiven Totems neu zu platzieren, das ist tatsächlich ziemlich gut, das hat nämlich ziemlich, ähm, ziemlich coole Einsatzmöglichkeiten, wenn wir zum Beispiel hier ein Windrush-Totem stellen, und wir stellen das Windrush-Totem in unsere Gruppe, jetzt laufen wir 20 Minuten nach links, dann können wir das hier drücken, und dann kommt das Windrush-Totem auf unsere neue Position, was mega geil ist, weil das führt dazu, dass ein Windrush-Totem nun mehr Value bekommt, ja, und dann muss man statt 4 Schamanen, nur noch 2 Schamanen einteilen, weil die Schamanen einfach doppelt Totem stellen können, sehr, sehr cool, ähm, wenn's nicht auf dem Global Cooldown ist, was ich hoffe, dann ist es auch ziemlich geil für, ein Windrush-Totem, wenn man von einer Position zur anderen geht, bumm, drückt man das kurz, muss das Windrush-Totem nicht neu stellen, äh, es kommt einfach mit, ich hoffe, wenn es nicht auf dem Global Cooldown ist, dann wäre das ziemlich gut, wieder hier links zu dem Totem, absolut egal, Nature Swiftness, Instant Cast, ist absolut egal, Thunderstorm, sehr, sehr geil, ist, äh, ein Knockback, der im PvP ziemlich gut ist, im PvE, und das ist ja ein PvP-Videos, äh, nicht so relevant, wenn man aber eins runter geht, kriegt man, äh, einen Lightning Lasso, was auch nur für PvP relevant ist, können wir also auch skippen, aber, Thunderstorm, knockt die Gegner nun ab, und das ist sehr, sehr gut, weil, Knockup ist ein Stun und ein Kick, ja, sozusagen, heißt, wir haben eine Gruppe, wo, äh, drei Leute was casten, ja, wir drücken unseren Thunderstorm, boom, alle sind gestunnt, und wir haben einen Casten gebrochen, das hier, Thunderstorm plus Thunder Shock, wird, denke ich, Pflicht in Mystic Plus, und kann auch sehr, sehr gut sein in Raid, wenn viele Ads kommen, sehr, sehr geil, ähm, enorm viel Utility, was wir hier bekommen, und dass wir das bekommen, hätte ich nie im Leben gedacht, sehr, sehr cool, sehr, sehr viel Utility, sehr, sehr viel Einsatzmöglichkeiten, generell merkt ihr schon, das ist auch so ein bisschen, das, äh, das Motto von dem Baum, Einsatzmöglichkeiten, es gibt jetzt 10, 10, 20, ja, 15, wahrscheinlich 15, 15 Nodes, die man skilln muss, die anderen 15 sind einfach, mach wie du willst, richtig, richtig gut, ist richtig gut designt, ähm, Radius von unserem Totem wird erhöht, hab ich jetzt einfach geskillt, 5 Meter mehr Winfury ist ganz nett, ist kein Must-Have, ja, Lightning, Lightning Shield macht ein bisschen mehr Damage, und generiert 2x mehr Marmalstrom, das ist für Leveln geil, und für PvP geil, für uns im PvE nicht relevant, Mana Spring Totem, ist nur auf der Gruppe, und da wir in der Midi-Gruppe sind, ist Mana Spring Totem für uns auch tot, werden wir nie skillen, wenn man 2 Enhancer spielt, und aus irgendeinem Grund den Enhancer in die Healer-Code macht, dann vielleicht, lass, so hatten wir gerade, Poison-Cleanse Totem, das ist wiederum sehr geil, ja, also, ist wirklich selten, aber wenn es mal einen Boss oder einen Dungeon gibt, wo Poison sind, also Gifte, ähm, können wir einfach Totem stellen, und wir werden komplett gedismillt für 6 Sekunden, das ist ziemlich gut, ne, die ganze Gruppe, ähm, sehr, sehr cool, dass wir es wiederbekommen haben, bin mal gespannt, wie viele Bosse es geben wird, die mit Gift arbeiten, was man runternehmen kann, auch wieder hier, einfach ein geiles Totem, was man nicht oft skinnen wird, das wird man nicht oft skinnen, aber wenn man es skillt, ist es richtig, richtig mächtig, und das ist der Sinn dahinter, finde ich geil, dann, wir, wir setten den Cooldown, von unserem meistgenutzten Cooldown, mit einem Cooldown von weniger als 3 Minuten, was würde das bedeuten, das geht, wenn Blizzard es gut codet, geht es nicht auf Windfury Totem, sondern auf Windfury Totem, oder auf Earthcraft Totem, das heißt, ja, wenn wir, das skillen, das skillen, und das skillen, könnten wir, 3 mal Windfury Totem machen, wir machen unser erstes Windfury Totem, gehen auf unsere Position, machen, äh, Totemi Projection, das Windfury Totem kommt mit, erneuert seine Duration, heißt sozusagen das zweite, dann laufen wir wieder auf eine Position, machen dann Call of Elements, und machen ein neues Windfury Totem, ja, und dann ist das wieder ready, also, das hier, meine Freunde, ist eine Rate Value, die ist insane, das ist Raw auf Crack, natürlich in einem Gruppenbereich, und nicht, äh, in einem 30 Meter Bereich, oder wie, oder 20 Meter, wie Red Raw ist, ja, sehr, sehr cool, wird aber auch wieder sehr, sehr institutional, wird man nicht off-skillen, wenn man skillt, wird es aber auch wieder ziemlich geil, so, so, die letzten zwei, äh, Tranket Air, macht einfach Pushback und Interrupt-Effekte, 50% weniger, ähm, der letzte Boss im PvE, im Raid, wo das relevant gewesen wäre, wäre für mich, äh, Tortok, oder so, SO, der große Dino, ja, ist auch eher ein PvP-Ding, denke ich, ne, was wiederum gut ist, Stonescan Totem, 10% weniger Physiker Damage, für 50 Sekunden, also 50% Uptime, das ist actually ziemlich gut, ähm, wollen wir alle 30 Sekunden ein Totem drücken, für 10% weniger Damage, nein, äh, hier ist das Feedback, macht es bitte auf 2 Minuten, buff den Effekt, auf, was weiß ich, 30% für 50 Sekunden, ähm, und dann ist es ein cooler Button, wenn es so bleibt, ist es ein Button, wo Enhancer, Restros und auch Ele, einfach nur das Kotzen bekommen werden, ähm, also alle 30 Sekunden so Kaktonen zu, zu drücken, für den man den Effekt wahrscheinlich dann im Endeffekt nicht mehr merkt, äh, bitte nicht, äh, das ist, das ist kein gutes Totem, das ist, bitte reworken auf längeren Cooldown mit einem besseren Effekt, dann wäre es ein cooles Totem, so ist es ziemlich nervig, so, letztes Talent, ähm, das erste, ist eigentlich auch wieder komplett egal, Call of Elements, ja, betrifft halt ein zusätzliches Totem, das heißt, wir können 2 Totems resetten, das ist für uns egal, weil wir, wir spielen nicht mit Mana springen, das ist egal, tatsächlich, oder, reduce the cooldown of, Call of Elements, ist auch nice to have, heißt, wir könnten früher die Combo machen, die ich eben erklärt habe, mit den 3 bis 4 Windrushes, auf einmal, ist jetzt aber auch kein must have, ja, die sind jetzt eher nicht so geil, ähm, denke ich, die werden wir oft skippen, die Keynotes, die werden wir immer spielen, ja, und das war es tatsächlich, ähm, ihr seht, ultra flexibel in dem Baum, 1000 Optionen, coole Möglichkeiten mit Rindrush, coole Möglichkeiten für Mystic+, ähm, sehr cool, was Damage angeht, ein bisschen mehr Attack Speed für Procs, sehr tanky, also wirklich, hier, 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 tanky, hier, hier, tanky, das ist schon ziemlich gut, ähm, wir können komplett zufrieden sein, für alle Leute, die das Video ein bisschen durchgehalten haben, ja, aber das geht wahrscheinlich jetzt alles, eine gute Stunde, äh, musste sein, na, ist halt, Talent Bäume, ist einfach, äh, mega komplex, im Vergleich zu ein paar Reihen, wo man einfach nur eine Taste drückt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, äh, ich hätte Bock auf mehr Enhancement Content, ich bekomme jetzt auch in einem guten Monat, neues Internet, na, der Grund, warum ich hier nie Videos hochgeladen habe, außer Geiz, ist einfach mein Internet, so, das Video, das Stunden, das wird jetzt, boah, 15 Stunden oder so, wahrscheinlich fürs Hochladen, damit ihr mal so einen kleinen Einblick habt, im Monat bekomme ich neues Internet, hey, vielleicht habe ich ja Glück und bekomme die Beta, ich hätte nämlich so Bock, Videos, zum Beispiel, ich hätte so Bock jetzt auf die Beta, oder dementsprechend die Alpha zu gehen, und Sachen zu testen, hätte ich richtig Bock drauf, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, schreibt was im Forum, ein bisschen Feedback, ähm, schreibt eure Idee für den Enhance, was ihr cool findet, was ihr nicht cool findet, vielleicht habt ihr Verbesserungsvorschläge, vielleicht seht ihr hier bei irgendeinem Baum was, was man ändern könnte, na, ich sage, ich bin nicht perfekt, ich habe bestimmt irgendwo ein paar Sachen, die man verbessern kann, und ja, man hört sich. dazu dass, äh, Vielen Dank.